recht herzlich willkommen zur 135 folge von towns ja wir waren zuletzt im keller ein bisschen geguckt was die gemacht haben und haben dann aber oben noch geschaut bei dem haus hier wie die anbauen sind beziehungsweise das weitergemacht das muss man gerade noch mal gucken ich habe nie passt sogar ich dachte dieses wäre auf der erde gewesen aber das ist oben und es wird tatsächlich schon der erste stein da gesetzt sehr interessant frosch im hals ja da können wir gerade noch ein bisschen weitermachen dass wir da noch das mauerwerk weiterziehen ich glaube daneben ist noch einer mal so dann ist er da auch wenn angekreidet super der hat dann gepasst aus menu und dann habe ich jetzt dadurch die schiff das natürlich loslassen müssen damit das nicht schief geht ja super hat es wieder geklappt macht das mal schnell weg auf ein neues und da auch und da rüber irgendwie sieht es da gerade komisch aus ne ja mach mal so und dann hier das ist da irgendwie faul oder ne doch nicht das sieht nur so aus wie da so eine optische täuschung ne ich dachte es wird tiefer hier aber das ist der schatten von der wand passt also ok ja die gehen alle schön hoch treppe hoch und so das passt alles ne das sieht wird das oder das ist schon hier sogar ne da machen wir da noch ein steinlein hin dann ist das räumlein auch fertig das machen wir mal so und so und so kann man auch schon machen und ich mache den raum mal schon komplett fertig so dann gehen wir mal türen machen zurück zurück tisch und stühle und da war noch türen bei da sind sie da einer da einer da auch da auch da dort und dort hier ist ein raum da ist ein raum und da ist auch einer so türen sind gemacht wir hätten natürlich ein fenster hin machen können ich glaube das machen wir noch können wir anlocken oh da sind wir gekommen uns die helden ja es waren helden die da gekommen sind und wie viele zwei gut fenster ist da den haben wir schon gemacht aber irgendwo hat man da unten haben ein fenster doch nicht glaube das war dann das dann müsste einer jetzt den stein weg nehmen die kerze steht übrigens da hinten ja wo nicht oben am gebäude ja vielleicht kommt da auch gleich einer vorbei und nimmt den stein weg dann kann man das fenster da hin bauen ne und jod so wenn der dann getragen hat könnte doch dahin gehen oder macht wieder keiner ne taucht nicht naja irgendwann wird's werden ne der steht schon so lange der könnte das doch jetzt machen oder ne doch nicht gut dann halt nicht sollen wir jetzt erstmal wieder in keller gucken vielleicht was da so passiert ja machen wir mal so da ist noch nichts los hier ist was los hier waren wir letztens irgendwo unterwegs ne da war gerade ein held oder ja hier ist er runter weiter gegangen ja da ist auch schon rabatz hier ich glaube da ist einer von uns kaputt gegangen oder was ne doch nicht na lange braucht er oh und der eine hat noch nicht mal angegriffen ne hier ist ein durchbruch da ist ein durchbruch kommen wir schnell zur treffe irgendwo hier muss die sein ne da so da geht's durch da geht's auch durch eigentlich gibt's schon kurz im weg nach hier hinten hin oder passt also hier muss noch geschlagen werden wie sieht's hier oben aus da ist auch schon alles entdeckt hier sind aber noch weitere räume da sitzt noch ein feuerteufel drinnen hier geht's auch noch weiter der geht aber gerade zurück keine ahnung wo er hingeht so und da kommt einer warte mal der sieht so nackig aus lass uns mal schnell hier was einstellen die zwei neuen die müssen auch hier unten schon rum kriechen ist klar irgendwann schon mehrseitig nach hier haben wir auch jetzt alles da ist auch mehrseitig passt aber ja ich würde jetzt sagen dann können wir hier eigentlich eine neue zuordnung machen oder hier waren doch irgendwo nur drei leute drinnen bergmann da machen wir mal einen mehr hin ist auch der bärmann und nicht der bergmann zwei mehr hin essen erntehelfer und holzfäller plus machen wir noch die anderen beiden werden träger gut dann haben wir das und die müssen sich erstmal einrüsten so hier ist noch ein direwolf oder was das ich kann es nicht so schnell sehen weil der weg läuft direwolf ja ich glaube schon der held ist da in der sackgasse gelaufen ja geht da noch woanders hin nicht wirklich nein der läuft zurück da kommt jemand das macht er oder die gut dass sie nicht hier lang geht die geht aber hier lang und holt sich deine rüstung weg wahrscheinlich nicht nach macht auch sind dies ziemlich gut gewesen aber gefährlich ist es hier unten trotzdem gut dass schon wieder ein held der weg geht hat aber keinen gezogen oder glaubt nicht wobei die treppe da kommt auch keiner sie geht jetzt auch zurück die sich die rüstung geholt hat ja da sind hält in dem verfolgen wir jetzt mal an nochmal wohin läuft da ist nichts hier wäre schön aber geht auch nicht hin ja hier in der sackgasse wahrscheinlich hier ist nichts mehr zu haben doch da oben ist noch was zu entdecken da geht es mal weiter ja danke gucken sie bitte rechts um die ecke zu zweit cool dann geht es ja schnell ne und da drüben ist noch ein raum ja jetzt geht doch da weiter ja wenigstens reingeschossen schon mal der blue slime ist doch kaputt ja geht immer nicht da rein guck mal ob es eine abkürzung gibt war wohl nix der wurf der läuft immer nur lang oh wir gehen hier oben nochmal angreifen sehr interessant schön so mit den lichtblitzen auch kaputt schön und jetzt nochmal hier gucken naja nicht wirklich ne jetzt gehst du hoch weil du Hunger hast oder sowas ja gut hier unten können wir jetzt erstmal nichts machen also können schon was machen klar aber ist jetzt nicht so der bringer oder hier sind wir natürlich auch voll ausgeleuchtet oder voll nicht aber ordentlich geleuchtet haben wir ja schon und hier ist dunkel tappt na da geht es runter oh wir sind in der pause das heißt irgendwo ist ein angriff sitja oh vier badger na dann lass weiterlaufen die klauen uns da wieder eine kiste und dann ist gut ne oh guck mal hier sind sogar betten in reserve da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet ne ja wie jetzt ausprobieren ist das ein hero ja kann ich auch nicht sehen ist jetzt auch egal wir können eine pause machen dann können wir es angucken ne da läuft er hat eine pierna geklaut mal lassen können wir mit leben wenn er eine wiener klaut so einmal hoch die Türen sind schon bald alle da ne oben schläft keiner auf der obersten Etage also jetzt ne der Stein ist natürlich immer noch nicht weggeräumt ist auch klar Kabat einmal in den Raum gucken wir grad runter in die Ecke Machen wir mal drei Schränke hin so den drehen wir mal um und da 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 dort 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 und der letzte kommt hier hin das ist jetzt Deko ja und Betten gibt's auch da Bett neben den Schrank ne mit der letzte und jetzt die F Tuste zwei mal für die andere Seite läuft. Und das ist jetzt Deko. Erstmal Licht. Oh, das kann nicht richtig sein. Da müssen wir den schnell weglöschen, den wir da gerade gesetzt haben. Ich weiß gar nicht, was es jetzt war. Da ist nix. Die Kerze steht ja schon mal. Da war jetzt einer. Das passt. Kerzen überall hin. Passt. Ja, die Blume steht da in der Ecke. Da haben wir auch überall die Blumen. Und dann fehlt noch die Kiste, der Chest. So, so, so. Oh, jetzt habe ich die Kiste nicht mehr ausgewählt. Da war es aber noch. Naja, umdrehen. Und noch dreimal dahin. Habe ich hier die Dingens nicht gesetzt? Ne, ich glaube, hier habe ich, oder? Hm, die Blume, habe ich die hier gesetzt oder habe ich sie nicht gesetzt? Gute Frage, ne? Naja, aber wir machen jetzt erstmal hier noch die drei Kisten hin. Und dann nochmal die Blume dran, ne? Die hier vergessen. Kann das sein? Muss sein, ne? Halt, stopp. Hier fehlen doch die Blumen auch. Die habe ich doch alle gesetzt. Gibt keine Blumen mehr, oder was? Naja, kann man da nix machen, wenn das so ist, ne? Aber wir warten es erstmal ab. Gucken, was da passiert. So, ist einer oben am Verhungern? Nein. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir nochmal ein paar Steine setzen. Über den Türen vor allem, weil die müssen wir ja auch hinkriegen. Das ist ja immer etwas schwierig. Hier fehlt es noch an der Höhe. Lass uns das mal so machen. Ne, das klappt dann ja nicht. Mach's lieber so. Und da, da, da und mehr geht nicht. So, haben wir es erstmal. Gut, da haben die zu tun mit den Steinen und Türen und sowas zu bauen. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss. Tschüss!